Hallo meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar habe ich heute mal wieder ein Tauschpaket. Aber wisst ihr, was das Spannende daran ist? Und zwar habe ich keine Ahnung, von wem dieses Tauschpaket kommt. Ich bin nämlich wieder Teil eines Specials und zwar habe ich einen YouTuber zugewiesen bekommen, dem ich ein Paket zuschicken muss zum Valentinstag. Also der Empfänger und der Adressat ist immer ein unterschiedlicher YouTuber, deshalb ist es echt spannend. Es gibt außerdem einen Link, wo ihr alle anderen Videos noch sehen könnt. Also ich glaube, es haben wirklich viele YouTuber mitgemacht und ich finde es total spannend, was irgendwie dabei rausgekommen ist. Und jetzt starten wir mal mit meinem Paket, ich bin nämlich wirklich schon ganz gespannt. Ich habe Willi vorhin schon reingucken lassen und gesagt, guck mal bitte, ob da ein Brief oder irgendwas drin ist. Ist kein Brief drin, meinte er. Das ist hier oben zugelegt mit Geschenkpapier. Und dann greife ich jetzt mal wahllos da rein. Ah, ist ja lustig. Guckt mal, da kommt mir so ein Lolli ist das, glaube ich, entgegen. Das ist so eine Zuckerstange, Candy Cane, hat sie draufgeschrieben. Ist ja süß. Oh, ich liebe ja so eine Süßigkeiten, wirklich. Okay, was greife ich jetzt? Oh, hier steht mein All-Time-Fade. Und das ist von Bath & Body Works. Also es ist ein Desinfektionsmittel. Ich mache mir mal was drauf. Oh, da sind so kleine Körner drin, sagt man das so? Und es riecht... Oh ja, das riecht wirklich schön nach Orange. Aber angenehm, wirklich angenehm. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier ist doch ein Brief drin. Ich sag es doch. Hätte mich auch sehr gewundert. Ich hoffe, du hast einen sehr schönen Valentinstag. Ich habe dir ein paar meiner Lieblingsprodukte geschickt. Vielleicht gefallen sie dir genauso wie mir. Viel Spaß mit den ganzen Produkten und lass dich mal auf meinem Kanal blicken. Liebe Grüße. Meriem heißt sie, glaube ich. Meriem. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich total. Wenn ich ihren Kanalnamen weiß, dann schreibe ich euch den auf jeden Fall in die Infobox. Sehr lieb, wirklich. Dann mache ich jetzt mal weiter. Ah, wie geil. Hier ist ein Lip Liner von P2. Ist das, ne? Ist das P2, ja. Lieblingslip Liner. Und soll ich dir was sagen? Das ist auch mein Lieblingslip Liner. Also einer meiner Lieblingslip Liner. Ich finde die Farbe so schön. Das ist so ein toller Bärenton. Das ist die Farbe 130 First Lady. Und hier hinten ist halt noch so ein Pinsel drin. Also hast du genau meinen Geschmack getroffen. Schokolade. Sehr gut. Und ja, ich liebe Schokolade. Ah, okay. Ich habe hier ein Waterfall Braid Maker. Krass kenne ich gar nicht. Macht ihr die Haare schön, hat sie draufgeschrieben. Das ist sehr cool. Ich glaube, das ist so ein... Das muss ich mal auspacken. So Gummiringe drin. Und so ein Styropor. Ne, Schaumstoffding. Ja, okay. Hier ist eine Anleitung hinten drauf, wie man das genau macht. Das lese ich mir nachher auf jeden Fall mal durch. Ich habe mir noch nie ein Waterfall Braid gemacht. Aber das probiere ich jetzt auf jeden Fall auch mal aus. Okay, machen wir weiter. Und dann... Uh, mit noch mehr Schokolade. Und zwar ist das Erdnussbutter und Schoko von Reezys, glaube ich heißt das. Davon habe ich schon so viel gehört. Ich habe aber noch nie davon gekostet. Also freut mich auch. Für deine Schokosucht. Für deine Schokosucht. Und das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass es die schon gibt. Und ihr glaubt nicht, wie toll dieser Geruch ist. Vielleicht habt ihr es schon in meinem DM-Hall gesehen. Da habe ich mir nämlich das Peeling gekauft. Also perfekt. Zuvorletzt, kann man das so sagen, habe ich hier ein Bahnesalz drin. Die hat geschrieben, für goldene Momente. Das ist mit einem Hauch von Patrulli und Vanille. Ich finde, das riecht auch total gut. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich sehr gerne baden gehe. Also da hat jemand wirklich sehr, sehr gut meine Videos geschaut. Und genau meinen Geschmack getroffen. Ich freue mich total. Und jetzt zum Schluss sind wir in dem Paket noch ganz viele... Oh, kleine Herzen drin. Da hat sich drauf geschrieben, enjoy your life, love, peace, chocolate, happiness. Also das ist total süß gemacht. Ich freue mich da ganz, ganz sehr drüber. Also vielen, vielen Dank. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall einen schönen Valentinstag haben. Das ist jetzt mein und Willis sechster Valentinstag, den wir zusammen verbringen. Aber ich muss ehrlich gestehen, waren bis jetzt erst einmal, glaube ich, irgendwas Besonderes machen. Und zwar essen. Also ich weiß nicht. Es gibt eigentlich so viele schöne Tage, wo man sich sagen kann, dass man sich liebt. Und wo man einfach glücklich sein kann, sich zu haben. Ich finde eigentlich, es muss dafür keinen Valentinstag geben. Aber ich finde natürlich trotzdem schön, dass man am Valentinstag einfach ein bisschen Liebe schenkt. Man sollte auf jeden Fall immer, immer, immer seinen Liebsten vermitteln, dass man sie gern hat. Und deshalb mache ich jetzt noch was. Und zwar grüße ich noch drei liebe Mädels, die sich wieder gewünscht haben, dass ich sie grüße. Und zwar ist das einmal die liebe Kiwi Love, dann ist das Hammer N753 und Melly 584. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Valentinstag. Ich bin euch ganz, ganz dankbar, dass ihr so fleißig und aktiv seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt gleich mal bei dem Link vorbei. Ich gucke da jetzt auch gleich vorbei. Ich bin ganz gespannt, was es da schon für Videos gibt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und sage Tschüss.